so die enthüllung season 2 phantom side paket übergriff fuch laufende match ich hasse es die user ist online und aktiv hm 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 zubiii zubii 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 runde 3 hauptschlafzimmerbüro hauptzimmer Schlafbüro mhm huch schlafzimmerbüro schlafzimmerbüro Animals schlafzimmerbüro na und Zuh! 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 Oh! Das war nicht so gut. Schießen von Weiden kann das sein? Weiß ich nicht Ob das sein kann Ob das sein Ob das sein kann Alles klar, ich glaube der Browser wird für Windows gar nicht mehr aktualisiert, deswegen geht das alles nicht La 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 1 auf 4 remaining You have entered an enemy controlled area Now, you have been spotted The Weiber will be thrown down geschmissen Jetzt soll das aber legen hä? Der alte Sack Der alte Sack Ich geh mal zu den Klippen Du bist immer Klippen Ja Bei Google Duo eigentlich auch mit mehreren gleichzeitig oder? Weiß man nicht Das weiß ich jetzt gar nicht Glaube schon, ich bin mir aber nicht sicher Hm Aber Duo heißt ja eigentlich 2, ne? Ja Matchball Matchball, los Kein Hacken oder irgendwas, ne? Irgendwie komplett klar der Ton für dich Ja Viel besser Na gut, wenn man dann mit mehreren sprechen will, dann ist es vielleicht nicht so... Aber ich weiß nicht, ob das auch mit mehreren geht, aber... Hm Ich finde nur mit einer Person ist das eigentlich ganz gut Ja Ich bin auch besser als Skype, weil Skype richtet ja immer ab Ja, das stimmt Und Discord bist immer abgehackt oder man kann überhaupt nicht spielen Ja Oder beides Und Teamspeak kostet immer Geld Also der Server Mhm Ja Safari wieder runter gehauen BAK Du musst ja aufpassen, dass man nicht aus Versehen mal den Tab schließt Ja Bei mir passiert's momentan nicht, weil ich hier im Spiel bin Ja Boah, was ist denn hier los, Mann? Jetzt geht's, oder was? Was ist denn hier los? We need to locate a bomb Ah Natal So, was dann versteckt Kann nur unten sein Ja Yep Mutey Meinen Drohnen hat er leider schon erwischt Smoky Underground 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 10 seconds to insertion Sag mal, habe ich nicht alle gestummt? Wer bei mir unter 5 seconds to insertion Ich höre die noch Hä? Ich höre die Leute bei dir Ich höre die Leute bei dir Echt? Keine Deutschen Ich höre die Leute bei dir Nix Deutsch Nix 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 7.3 more Drone is ready You located a bomb Mir geht gar nicht auf! Raad Charges alt! Du hast Pritus zurück geschafft! Skips 13 Skips 13 You have located a bomb. Friendly, last operator standing. Friendly, last operator standing. And then you can go to the spot here. You can go to the spot. Where is the spot? We need to locate a bomb. Where is the bomb? Where is the bomb? Hello. Arschloch. Where is the bomb? Where is the bomb? Okay. 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 Where is the bomb? 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 What? 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 I'm alive. I'm alive. Noch kommt, ey. Wird's doch wohl gegen einen schaffen. Nein. Du Audio Anderrufenen. Ich bin mal gespannt dran, wie das sich an deinem Video anhört. Du bist ja Bischof-Laden. Ja. Ich bin gerade am zweiten Video. Ich bin zweitisch. Hm. Man hat aber gar keine Übergänge gehört. Also du machst nicht eine Begrüßung oder sowas nicht? Nö. Begrüßte deine Zuschauer nicht. Nein, die wissen auch, dass ich... ...da bin. ...sie lieb habe. Schieß doch, Junge. Was machst du denn? Schießt du. Schießt du, Mann, ist du. Oh, Junge, schieß doch einfach. Ernsthaft. Also hier in der App kann man Gruppen erstellen. Das scheint wohl doch zu dir hinschauen. Jetzt nicht da rein. Oh, Gott. In diese Gruppe und dann noch, weiß ich nicht, Max hat das ja. Beispielsweise Janine. Fertig. Schnien? Was soll ich schnien denn da? Das ist nur zum Test. Ich wollte jetzt nicht gehören reinmachen. Okay. Neuling. Ich bin ein Neuling. Also über der App geht's, über den Browser wohl nicht, wie der aussieht. Noch nicht. Man kann die Gruppe auch verlassen. Wenn man will. Okay, tschüss. Kommt ein neues Rainbow-Spiel raus. Und auch fürs Handy, Rego. Rego ist mir, gar nicht. Nein, mir nicht. Ich muss mir auf den Vergleich. Meb-ey. Meb-ey. Hallo, Meb-ey. Pizza. Neuling. Secure the bombs. Secure the bombs, secure the bombs. Ich schick meine Familie eine Duo-Einladung, für Freunde und so, dass eventuell Max und Laura halten. Na, jetzt bin ich so wackelig. Das ist wieder zu hoch. Immer noch wackelig. Komm ich nicht durch, wa? Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Die Bombe-Defusoren wurde successfully deployed. Was ist er denn? Was ist er denn? Hast du eigentlich auch über Google-Domain-System taunt, wenn ich jetzt beispielsweise ein Video abspiele? Mh... Ja, echt? Ja. Oh Gott, Scheiß. Warum? Weißt du, ist es. Kannst du ja nicht am Discord liegen dann. Nichts am Headset oder was ich was. Ob ich gehört, der Rainbow Sound auch. Tja, ich weiß auch nicht. Woran liegt das? Gorgel doch mal. War die Headset vielleicht zu laut eingestellt oder? Aber du hörst sie ja auch zu, also generell den System Sound, ne? Mh... Was von dir jetzt, oder was? Mh... Ja, also wenn ich jetzt, äh... Weiß ich nicht, ist hier sonst auch nicht? Also Spiele höre ich nicht, wenn du was spielst. Ich stehe ja gerade nicht. Gerade nicht, aber du hast auch schon mal Staxel und so gespielt, da hab ich sie gehört. Ja, aber Staxel ist ja nicht so viel zu hören, da liest man ja noch. Ja, trotzdem läuft auch Musik. Ne, die hab ich ja ausgemacht. Achso. Das hörst du jetzt aber, oder? Ja, machst du mal aus, wir werden noch hochladen. Und hörst du das jetzt immer noch? Ja, hörst du das immer noch? Leise. Jetzt merken wir dich. Und... Jetzt? Ganz schwach. So, wir flüstern. Aber du hättest jetzt selber auch nicht liegen, aber... Ich hab halt alles sehr leise gemacht jetzt. Hm. Aber das ist merkwürdig. Jetzt kann ich nicht mal ein Video gucken, wo du aufnimmst, das ist voll scheiße. Hmhm. Aber das kann doch nicht sein, das ist doch eigentlich totaler Blödsinn. Warum? Wozu soll das gut sein? Man will das Headset aufnehmen, also... Tja. Man muss nur... Die andere sind Headset-iner. Nicht nur... Ich weiß nicht, das liegt das Das stimmt. Das versteh' ich nicht. Oh Oh, Mann! Bis man hier die Waffe wechselt, Alter. Sorry. Alter, ist das ätzend. Bis ich bei der Tastatur auf der 1 bin, Junge. Ja, musst du ein bisschen üben. Ja, mach ich ja gerade. Zehnfingersystem schreiben üben. Das ist ja hier noch alles üben. Ich habe zwar drei Jahre Büro gelernt, aber das Zehnfingersystem kann ich immer noch nicht. Da sind meine Finger auch zu steif, da kriegt man hin. Klavierspieler kann da schon gut hin. Ja, das kann gut sein. Nein. Oder Keyboard-Spieler ist ja fast dasselbe. Klavier-Board. Secure the Bombs. Die kommt nicht klar mit meinem Zwei-Fingern-System. Ja. 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 Das auch. Das auch. Ja. Könnt ihr mal die Wände machen, Digga? Digga. Ja. Das geht weiter. Ja. 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 tschi 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 Ja, da ist das Drohnenloch, Digga. Das Zonenloch. 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 Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn das für ein Typ, Alter? Der ist Profi. Profi, Alter. Ah, schafft die eh nicht mehr. Nee. Die brauchen wir uns einmal anpusten, dann liegt sie am Boden. Whitney, anpust. Kaka. Riecht gut. Riecht gut. Hm? Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Oh, die Abbranderbeeren. Oh, die Eisbären, die haben wir nicht übertreten. Wir wollen ja mit Spawnern. Wie auf der Playstation, ne? Aber irgendwie übertreiben die Eisbären hat ja ein bisschen mit dem Spawn. Tja. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Und das ist ja auch, wie wir mit der Lauf. Und das ist ja auch, wie wir mit der Lauf.